Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Liebe Oldtimer-Freunde, hier steht ein schönes Auto, ein Fiat 500. Ich kann leider zu dem Auto gar nicht so viel erzählen, weil ich noch gar keine Unterlagen von dem Auto habe. Ich habe ihn gestern gekriegt, der Eigentümer schickt mir die Unterlagen jetzt noch zu, aber ich sehe ja, was hier steht und hier steht, hallo Frau Postbotin. Ich sehe ja, was hier steht und hier steht halt ein Top, also wirklich, erstmal die Farbe ist natürlich toll, ja, rot, schwarz, ein Fiat 500, Luigi, also scheint Luigi zu heißen, hier steht Luigi drauf, ich habe es noch irgendwo gelesen, glaube ich. Ja, da unten nochmal Luigi, oh, das ist ja, so, also steht hier tiptop, tolles, also hat ein bisschen Party nach, ja, aber mal ehrlich sein hier, wenn ich hier jetzt so gucke, da hat er so ein bisschen, ja gut, das ist der Glück. Wenn man jetzt ganz, ganz geniebel ist, kauft man sich mal einen neuen Rückfallscheinwerfer, aber das würde ich jetzt bei, also würde ich nicht machen, ich würde ihn einfach genauso nehmen, wie er hier steht, hier, guck mal, der Motor, läuft super, der Wagen, macht total Spaß zu fahren. Und, ähm, das sind einfach so süße, schicke Autos, ne, also, guck mal, da hinten ist schon wieder Stefan in Gang genommen mit dem, bereitet hier schwer, das mache ich heute an Dauer mit Stefan, ne, da bereite ich hier schon wieder, aber immer noch ein tolles Auto auf. Anyway, wir bleiben bei dem hier, Weißwandreifen, ich, wie gesagt, leider, ich kann keine Daten nennen, aber ich weiß, dass der aus guten Händen kommt, weil er kommt nämlich von einem Eigentümer, der ziemlich tolle Autos sammelt tatsächlich und, ähm, hat mich jetzt darum gebeten, ein paar kleine Autos von ihm zu verkaufen und, äh, das tue ich jetzt, guck dir mal, guck dir mal das an, also hier liegt noch, hier liegt noch, was denn, das brauchen wir nicht, ähm, guck dir mal an, wie die Sitze aussehen, das ist alles wirklich, also, ist ja fast Neuwagen-Niveau, ja, würde ich fast sagen, ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, oder, guck mal hier, es ist alles schön, gut gepolstert, ordentlich gemacht alles, es ist alles neu gemacht, es ist halt restauriert, dieses Auto, und die Daten, ich habe die zwei jetzt nicht, aber im Netz stehen die dann alle, ja, also da steht alles, was wir brauchen, und, ähm, man sieht auch Bilder von Unterboden, auf der, auf der Seite, das ist ein tolles Auto, und er macht richtig Spaß zu fahren, ich fahre ihn jetzt mal eine Runde, und dann können wir mal gucken, wie er sich so ein kleiner Italiener anhört hier, mit dem Dach auch immer cool, und dann können wir mal aufmachen hier, und dann, zack, so hat man schön mal ein bisschen Freiluft, cool, komm, lass uns eine Runde drehen, und dann fahren wir nicht mehr. Okay, auf geht's! Okay, Okay, und dann... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR